So, meine Führung geht nun mal weiter im Außenbereich, ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies, das gesamte Passgelände hier ist, rund um die Villen, Campinski, Hotel, Sedome, Villas, ja. Ich möchte auch mal ganz kurz das Schild noch präsentieren. Campinski Hotel, Sedome, Villas, seit 1897, Hotelier Cinze, ja. Und hier ist dann der Bereich, der zu den Winden führt, eigentlich. Es sind die Reis, die da durch ein Villas, Villa und Pasha-Villa, ja. Gut, mein Weg geht nun weiter und der Golf-Buddy wartet bereits auf mich. Ich werde dann nun das Auto wieder etwas verletzen. Okay. Und, Sedome, hast du lieber auf mich gewartet? Danke. Wunderbar. Ich setze mich wieder rein. Okay. Moment. Okay, schön. So, und wir fahren nun mit dem Golf-Buddy über das Fahrgelände von Campinski. Heute ist es übrigens Traumwetter. Es macht besonders viel Spaß mit dem Wacken, hier durch die Regen zu fahren. Das ist der Haupteingang, die Security, da wird man dann kontrolliert, muss auch die Pässe vorzeigen. Und jetzt fahren wir nun zur Hauptrezeption von Informationen des Hotel Kim B. Das ist ein Nachbarnhotel. Das ist ein Nachbarnhotel. Wie heißt das Hotel? Trena Golf Hotel. Trena Golf Hotel. Trena Golf Hotel. Mit dem Privatwillen. Privat im Willen. Nun kommen wir zum Haupteingang des Kim B. Hier stehen sehr viele Golf-Buddies. Drei vielleicht. Das ist der Willen. Ah, okay. Es gibt immer unsere Schilder. Aha. Jeder Buggy hat auch eine Nummer. Aha. Zu dem wachenden Willen. Ja. Richtig so. Soll ich... Okay. Wir gehen hier in den Haupteingang. Wir gehen hier an. Uh, das ist ja. Wir gehen hier an. Okay. Wegen hier in den Haupteingang. Wir gehen hier an. Wir gehen hier an. Wir gehen hier in. Vielen Dank.